keine sendung oder notarzt eine jahreszahl gibt den film seinen titel und dieser film wird dieses jahr 50 jahre alt mit ein grund warum sich heute alles um eben genau diesen einen film dreht 2001 und ich sehe im weltraum wer jetzt verwirrt ist dem sei gesagt dass das an dieser stelle wohl normal ist das erstgesprochene wort im film fällt tatsächlich erst nach 25 minuten und ist das einer stewardess lustigerweise kommt ganz am anfang dann erst einmal der zoll im film bzw die einreise auf der raumstation das us immigration offices zu sehen und danach gibt es noch das was in keinem film sehen darf gutes altes product placement ein hilton na so schlimm ist das jetzt auch nicht